Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. März 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Krefeldstadtmitte. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 62 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 480 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020